Mein Name ist Anita Farke und ich freue mich, den Exoda-Blog Politik und Gesellschaft Podcast sprechen zu dürfen. Ich habe die Dokumentation gesehen und kann mitreden. Ich kenne die EIDA und mir fiel auf, dass sie einseitig erfasst und keineswegs ergebnisoffen erscheint. Es ist offensichtlich, dass neutrale Berichterstattung anders aussieht. Als ich darüber nachdachte, vor allem im Zusammenhang mit dem deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wurden mir journalistische Grundsätze wie Objektivität, Ausgewogenheit und Sorgfalt bewusst. Diese sollten eine hohe Priorität haben. Ich finde es wichtig anzumerken, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Verpflichtung gegenüber seinem Publikum hat, unparteiisch und ausgewogen zu berichten, unabhängig von persönlichen Vorlieben oder politischen Überzeugungen. Eine einseitige Darstellung eines Themas kann das Vertrauen in die Integrität und Objektivität des Rundfunks beeinträchtigen und den Grundsätzen des Journalismus widersprechen. In meinem Verständnis bleibt die Dokumentation fragwürdig und wirft Fragen hinsichtlich ihrer journalistischen Standards und Motivation auf. Hier folgenden nun einige Punkte aus der Dokumentation. Vorwurf Der Frühbucherrabatt von Ada Cruises sei nicht echt, da oft Reisen, die kurz vor Reisebeginn gebucht werden, günstiger sind. Meine Meinung, dies mag gelegentlich der Fall sein, jedoch entspricht es dem Gesetz des Marktes im Reiseverkehrsgeschäft. Es ist ein allgemeines Prinzip, dass die Preise für Reisen je nach Angebot und Nachfrage schwanken können. Das bedeutet, dass diejenigen, die bereit sind, frühzeitig zu buchen, häufig von attraktiven Frühbucherrabatten profitieren können. Diese Rabatte dienen nicht nur dazu, Kunden frühzeitig zu binden, sondern auch dazu, die Buchungszahlen zu erhöhen und eine bessere Planbarkeit für das Unternehmen zu gewährleisten. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Preisgestaltung im Reiseverkehrsgeschäft von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter saisonale Nachfrage, Verfügbarkeit von Kabinen oder Plätzen, Wettbewerbssituation und externe Einflüsse wie politische Ereignisse oder Naturkatastrophen. Daher kann es vorkommen, dass kurzfristige Buchungen zu einem günstigeren Preis angeboten werden, insbesondere wenn das Unternehmen versucht, Restplätze zu füllen oder Last-Minute-Angebote zu promoten. Letztendlich liegt es im Interesse der Kunden, ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen zu berücksichtigen, wenn sie eine Reise buchen. Während einige sich für Frühbucherrabatte entscheiden und die Sicherheit einer rechtzeitigen Buchung bevorzugen, ziehen andere möglicherweise spontane Entscheidungen und nehmen in Kauf, dass sie nicht von Rabatten profitieren können. Es handelt sich also um eine normale Praxis im Reiseverkehrsgeschäft, die darauf abzielt, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und keine unkorrekten Marktpraktiken seitens der Unternehmen impliziert. Vorwurf. Bei Getränkepaketen wird dem Zuschauer vorgekaukelt, es könne sich nicht lohnen. Meine Meinung. Dies ist erkennbar daran, dass es oft nur um den Alkoholkonsum geht. Ein Getränkepaket beinhaltet jedoch nicht nur alkoholische Getränke, sondern auch eine Vielzahl anderer Getränkeoptionen. Betrachten wir zum Beispiel meine persönliche Situation. Ich konsumiere täglich allein beim Frühstück fünf Tassen Kaffee, die im Getränkepaket enthalten wären. Ohne das Paket müsste ich diese Kaffeegetränke am Frühstücksbuffet extra bezahlen, besonders wenn ich bestimmte Kaffeesorten wie Crema bevorzuge. Es ist wichtig zu erkennen, dass Getränkepakete oft eine breite Palette an Getränken abdecken, was sie zu einer praktischen und potenziell kostensparenden Option macht, auch wenn man keinen Alkohol trinkt. Daher ist die Vorstellung, dass sich Getränkepakete nicht lohnen, möglicherweise nicht immer zutreffend und sollte individuell bewertet werden. Vorwurf. Trotz des Kaufs eines Getränkepakets fallen zusätzliche Kosten an. Meine Meinung. Als Reisende waren uns diese zusätzlichen Kosten im Voraus bekannt. Die Preise für Getränke, die nicht im Paket enthalten sind, sind in den Getränkekarten deutlich ausgewiesen. Es gibt also keine Überraschungen in Bezug auf die Kosten für zusätzliche Getränke, da dies transparent kommuniziert wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Getränkepaket bestimmte Getränke abdeckt, jedoch nicht unbedingt alle Getränkeoptionen an Bord. Daher können zusätzliche Kosten entstehen, wenn man Getränke wählt, die nicht im Paket enthalten sind. Diese Transparenz ermöglicht es den Passagieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Ausgaben entsprechend zu planen. Vorwurf. Der Einsatz von Bordkarten verschleiert die Kosten. Meine Meinung. Jeder, der im Alltag mit Karten zahlt, weiß, dass man die Ausgaben im Blick behalten muss. Die öffentlich-rechtlichen Sender machen sich lächerlich, wenn sie das als intransparent darstellen. Bei jeder Getränkebestellung sowie beim Einkauf in jedem Shop ist klar ersichtlich, was es kostet. Sein Bordkonto kann man jederzeit selbst leicht einsehen und nachvollziehen. Daher ist es irreführend zu behaupten, dass der Einsatz von Bordkarten die Kosten verschleiert. Im Gegenteil. Die Transparenz der Kosten wird durch die Möglichkeit, das Bordkonto jederzeit einzusehen, gewährleistet. Vorwurf. Angeblich wird man ins Theatrium gelockt, um Geld auszugeben. Meine Meinung. Wir bieten ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm an, zu dem auch Vorführungen im Theatrium gehören. Die Darstellung, dass dies lediglich dazu dient, die Passagiere zum Ausgeben von Geld zu verleiten, ist äußerst fragwürdig. Ähnliche Situationen finden sich beispielsweise auch bei Kinobesuchen, wo zusätzliche Verkaufsangebote wie Snacks und Getränke präsentiert werden. Es gibt zahlreiche Beispiele, bei denen solche zusätzlichen Angebote nicht als unkorrekt oder verwerflich angesehen werden. Es ist also nicht gerechtfertigt, das Unterhaltungsprogramm an Bord so darzustellen, als sei es allein dazu bestimmt, Passagiere zum Geld ausgeben zu bewegen. Das Theatrium auf einem Ida-Schiff ist in der Regel der zentrale Veranstaltungsort für Shows, Konzerte und andere Live-Unterhaltung. Es ist ein großer Theatersaal, der oft über mehrere Decks reicht und mit modernster Bühnentechnik ausgestattet ist. Hier finden verschiedene Aufführungen statt, darunter Musicals, Theaterstücke, Comedy-Shows, Tanzvorführungen und Live-Konzerte. Das Theatrium auf Ida-Schiffen bietet Platz für eine große Anzahl von Passagieren und ist so gestaltet, dass von jedem Sitzplatz aus eine gute Sicht auf die Bühne gewährleistet ist. Die Shows werden von professionellen Künstlern und Entertainern präsentiert und sind Teil des umfangreichen Unterhaltungsprogramms, das den Gästen während ihrer Kreuzfahrt geboten wird. Zusätzlich zu den Abendshows können im Theatrium auch andere Veranstaltungen wie Vorträge, Filmvorführungen oder spezielle Events stattfinden. Es ist ein beliebter Treffpunkt für Passagiere, um sich gemeinsam zu unterhalten und erstklassige Unterhaltung zu genießen. Vorwurf, da Aida bei Ausflugsbuchungen über Aida selber garantiert, dass das Schiff nicht ohne den Gast ablegt, behauptet der Bericht, dass 25% der Aida-Buchungen aus Angst nicht auf eigene Faust reisen. Meine Meinung. Sicherlich spielt die Sicherheit und Gewissheit, dass das Schiff nicht ohne den Gast ablegt, eine große Rolle bei der Entscheidung vieler Passagiere, Ausflüge über Aida zu buchen. Jedoch sehe ich darin keinen Verstoß. Die Tatsache, dass ein Kreuzfahrtschiff bei fremdorganisierten Reisen nicht haftet, halte ich für mehr als legitim. Es ist eine Möglichkeit, den Passagieren zusätzliche Sicherheit und Komfort zu bieten, insbesondere für diejenigen, die sich nicht sicher fühlen, alleine Ausflüge zu organisieren. Dies ist eine Serviceleistung, die von vielen Passagieren geschätzt wird und nicht als fragwürdig angesehen werden sollte. Es ist letztendlich eine Entscheidung des Einzelnen, ob sie die organisierten Ausflüge nutzen möchten oder nicht. Vorwurf. Aida hat in der Flotte lediglich zwei Schiffe, die mit LNG, flüssiger Gas, angetrieben werden können. Alle anderen Schiffe werden herkömmlich betrieben. Gute journalistische Arbeit betrachtet neutral. Das hat man beim ganzen Bericht nicht getan. Ich möchte das hier aber erledigen. Den Vorwurf halte ich für gerechtfertigt, vor allem, weil auch die LNG-Schiffe mit Schiffsdiesel betrieben werden, je nach Treibstoffmarktlage. Meine Meinung? Der Vorwurf ist gerechtfertigt, da eine neutrale und ausgewogene Berichterstattung wichtig ist, um ein objektives Bild zu vermitteln. Es ist richtig anzumerken, dass Ida derzeit nur über zwei Schiffe verfügt, die mit LNG angetrieben werden können, während die anderen Schiffe herkömmlich betrieben werden. Allerdings sollte auch berücksichtigt werden, dass der Einsatz von LNG einen Schritt in Richtung umweltfreundlicherer Antriebsmethoden darstellt, da LNG im Vergleich zu herkömmlichem Schiffsdiesel zu geringeren Emissionen führt. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass selbst bei LNG-Schiffen der Betrieb nicht ausschließlich mit LNG erfolgen muss. Je nach Treibstoffmarktlage und anderen betrieblichen Faktoren kann es vorkommen, dass auch diese Schiffe mit Schiffsdiesel betrieben werden. Dies ist ein Aspekt, der in einer neutralen Berichterstattung berücksichtigt werden sollte, um ein vollständiges Bild zu liefern und mögliche Missverständnisse zu vermeiden. Vielleicht hätten die Macher dieser Dokumentation einfach mal ähnlich verfahren sollen und nicht unterschwellig marktwirtschaftliche Grundprinzipien als unmoralisches Vergehen darzustellen. Nicht, dass mir die AIDA persönlich wichtig wäre, aber die Dokumentation lässt für mich auch andere Recherchen von ZDF Info in anderem Licht erscheinen. Nicht bei jeder Doku kann ich selber bewerten, wie ehrlich ein Bericht ist. Hier glaube ich, das zu können. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.